Ich habe mich gefragt, oder ich habe auch meine Frau gefragt, was wäre denn jetzt passiert, wenn wir nicht rangegangen wären? Was hätten die beiden denn gemacht? Eigentlich muss man die Kinder dann fragen, ja, ich gebe euch was, aber was würdet ihr denn machen, wenn ich euch nichts gebe? Naja, wenn sie schon sagen, Süßes oder Saures, dann geht es halt nur darum, dass sie was wollen. Aber wenn sie sagen, Süßes, sonst gibt es Saures, dann ist es vielleicht schon eine kleine Drohung. Ach, meinst du? Ich denke schon. Gibt es da einen Unterschied im Wording? Okay, ich weiß es nicht, würde ich mir jetzt so erzählen. Aber ich glaube, ich mache das tatsächlich nächstes Jahr so, dass ich die Frage, was die machen und wenn die sagen, naja, wir haben hier ein bisschen Klopapier, dann mache ich einfach die Tür wieder zu. Dann gucke ich mal, ob die wirklich was machen. Nicht so gemein sein. Die müssen sich doch auch so ein bisschen das erarbeiten. Also ich fand das halt irgendwie, diese Frage, wie viel dürfen wir nehmen oder so, oder nicht mal wie viel dürfen wir nehmen, sondern wie viel, war so ein bisschen okay, gut. Zwei Brüder, eine Brotherhood, überall wo es Podcasts gibt. Hör jetzt rein, los geht's.